Matthias Haider ist NPD-Spitzenkandidat zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Politik bedeutet für die NPD, das Möglichste für sein Land zu tun, der erste Diener seines Staates zu sein, aber auch sich für die Allgemeinheit ins Rampenlicht und nicht selten ins Kreuzfeuer zu stellen. Unser Anspruch ist, geradezubleiben, wenn andere sich krumm machen und das zu sagen, wovon andere nur schweigen. Matthias Haider möchte einen neuen Politikstil verwirklichen. Wir brauchen mehr Miteinander und Beteiligung durch direkte Demokratie und gelebte Solidarität. Wir möchten, dass sich Politiker wieder als Sprachrohr des Volkes und nicht als Lobby mächtiger Banken und Konzerne verstehen. Mit seiner jungen und motivierten Mannschaft ist Matthias Haider angetreten, mit Ihnen gemeinsam Sachsen-Anhalt zu verändern. Wir rücken den Menschen in den Mittelpunkt. Wir sagen, was Sie denken. Ich freue mich über Ihre Unterstützung. Die NPD als Soziale Heimatpartei aller Deutschen muss in den Magdeburger Landtag. Unser Sachsen-Anhalt sollte es uns wert sein. Mehr Informationen unter www.unser-haider.de Mehr Informationen ertaine Vielen Dank.